Hallo, hier zum dritten Teil, let's play Ghost Recon Advanced Warfighter 2. Nachdem wir der letzten Mission erfolgreich den Rebellen den Nachschubweg abgeschnitten haben, machen wir jetzt weiter mit der zweiten Mission. ... hat sich in den letzten 24 Stunden zunehmend verschlechtert. Die US-Botschaft ruft alle Amerikaner auf das Land zu verlassen. Es gibt hier nur einen Punkt, wo ich mir absetzen lassen kann. ... dass sich amerikanische Einheiten in Juarez befinden. Allerdings bestreitet das Beta von jede US-Beteiligung und lässt verlauten, dass keine Truppen bis zur Unterzeitung von Nash sah eingesetzt werden. Inzwischen hat der Aufstand auch in anderen Teilen Mexikos Fuß gefasst. Die Rebellen, die zunehmend Unterstützung finden, werden Los Nuevos Niños Heroes genannt. ... Bezug nehmen auf die letzten mexikanischen Soldaten, die im Krieg 1847 gegen die USA in der Schlacht von Chapultepec ihr Leben ließen. Nach neuestem Verlautbarung wollen die Rebellen der US-Präsenz in ganz Lateinamerika ein Ende setzen. So, jetzt können wir dann auch loslegen. Ich habe noch einen Sprengstoffexperten gegen einen Scharfschützen ausgetauscht, da ich bei dieser Mission, denke ich mal, keinen Sprengstoffexperten brauche. Mir ein Scharfschütze aber bei einem Tagebau sicherlich mehr von Nutzen sein kann. So, und da geht es auch schon los. Die Blätter fliegen hoch. Und wir können uns vorarbeiten. Da würden sie zunächst durch eine Schlucht kämpfen. Gehe hoch, stehe auf. Nutze ich erst mal meine kleine Waffe, meine Sekundärwaffe. So. Okay, doch nicht. Was ist der zweite? Ja. So. Beide ausgeschaltet. Auch wenn der eine sich noch verstecken wollte, hat er ja keine Chance. So. Verstanden. Ich muss das Ghost-Team weiter vorrücken. In Position unter. Ziel erledigt. Ich bin da. Da wurde jetzt einer getroffen von meinem Team. Ich hoffe mal nicht. Also es ist nicht tödlich gewesen. Sie haben es geschafft, ihn auszuschalten. So. Gleich mal weiter vorrücken lassen. So, dass wir dann jetzt eigentlich gleich schon am Eingang sind. In Gegend absuchen möchte ich, dass sich hier irgendwo jemand versteckt, den ich von hier aus jetzt schon ausschalten könnte. Sieht nicht so aus. Und die taktische Karte bestetigt mir das auch noch. Deswegen lasse ich mein Ghost-Team jetzt vorrücken. Ich selber gehe jetzt hier über links. In Position. In Position und bereit. Das ist noch wirklich nichts. Eigentlich sollten die alle hier her. Auf dem Weg. Ja, die reagieren manchmal ein bisschen schlechter. Die hören manchmal nicht so gut. Auf dem Weg. Muss man ihnen nachsehen. Captain, stehe unter Feuer. Ziel entdeckt. Okay. In Position und bereit. Lade nach. So. In Position. Der erste ist ausgeschaltet. Da oben hockt der Scharfschützer. Jetzt hockt er nicht mehr da. Jetzt liegt er. So. Ziel erledigt. Einer ist tot. Wo ist der zweite? Ach, der zweite liegt da. Rechts davon. So. Drei ausgeschaltet. Lade jetzt nach. Ich hoffe mal, dass der Eingang jetzt dann langsam mal sicher ist. Ziel eliminiert. Das ist die falsche Waffe für jetzt. So. Verstanden. Großteam mit. Vorrücken lassen. Noch mal auf die taktische Karte gucken. Das sieht relativ frei aus. Ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. So. In Position und bereit. Da kommt das Muli. Und noch ein paar Soldaten. Also das Muli kann ich spören. Die Soldaten nicht. So. Das Lager sichern. Das ist die nächste Aufgabe. Ihre Jungs sollten sich entspannen, Captain. Ich habe das Gefühl, es geht gerade erst los. So. Ich werde meine Truppe jetzt aufteilen. Und zwar werde ich selbst weiter nach oben gehen. Auf ein höher gelegenes Gelände hier diesen Weg hoch. Und meine Truppen werde ich so postieren, dass sie den Eingang des Steinbruchs hier im Blick haben. Und mich damit unterstützen können. Ich werde glaube ich sogar dann alle hier unten lassen und gar keinen mitnehmen. Kurz den Turm abchecken. Alles sauber. So. Wo stelle ich die am höfsten hin? Die werde ich alle drei hier so hin bewegen. Also ausführen. So. Und wenn sie dann da sind, können sie sich dann mal bewegen. Jetzt bewegen sie sich. Gut. Wenn sie da sind, können sie die Stellung halten. Und ich selber arbeite mich jetzt hier weiter nach oben. Aber den Muli werde ich mitnehmen. Damit habe ich eine bewegliche Deckung. Und das kann in dem Gelände hier sehr vernützend sein. Ziel entdeckt. Ziel erwischt. Allerdings müsste ich dazu hinter ihm sein. Bitte melden, Sir. Sir. Wow. Über die Kisten drüber. Halleluja. Das scheiß Ding will ich überfahren. Okay. Jetzt hat es den Weg wieder gefunden. Abschluss bestätigt. Das ist natürlich noch längste Ding. Also zufrieden bin ich damit nicht. Das wird wahrscheinlich doch nicht so die Bombenidee gewesen sein, das jetzt hier mitzunehmen. kann es nur schwer zielgetragen. Und es steht nicht dort, wo ich es haben möchte. Damit nützt es mir nur wenig, vor allem wenn es hier die Wände hochfährt und gleich gegen einen Pfeiler und nicht mehr weiterkommt. Das Ding möchte mich ärgern. Sir. Also anhalten. Dann mache ich den Rest eben allein. So. Der Scharfschütze auf dem Turm ist bereits ausgeschaltet. Ich habe natürlich schon jede Menge Lärm gemacht, als ich hier mit dem Movie angerückt bin. So. Blick auf die taktische Karte. Oh, da kommt der hier noch. So. Den habe ich erwischt. Der Nächste versteckt sich. So. Zwei sehe ich jetzt. Drei, vier. Also fünf, sechs Leute werden es sein. So. Einer weniger. Der Rest hält sich weiterhin versteckt. So. Ist mir geschafft, hier hochzukommen, ordentlich. Jetzt werde ich mal noch die Waffe wechseln. Und unter dem LKW werde ich zwar nicht lang kommen, aber vielleicht sehe ich da drunter jemanden. Nein, sehe ich nicht. Nein, sehe ich nicht. Okay. Ich werde aufstehen. So. Ich werde wahrscheinlich keinen direkt sehen. Das ist blöd. Auch der Turm scheint sauber zu sein. Sir. Da ist einer. Hallo. Und tschüss. Ihr Ziel ist getroffen, Käpt'n. Okay. Ich wurde entdeckt. Keiner mehr da, Käpt'n. Hallo. So. Ja. Wenn auf mich geschossen wird, schieße ich zurück. Wo kam denn das jetzt auf einmal her? Da schießt einer aus dem Haus gegenüber. Kommt er raus? Nein. Da bleibt er drin. Das ist gut. Okay. Aber ich werde mir den jetzt doch noch vornehmen. Das kann ich ja nicht auf mir sitzen lassen. Da ist er ja. So. Genau so ist es. So. Das sieht frei aus. Das auch. Auf dem Turm scheint nach wie vor keiner zu sein. Und jetzt sollte ich oben eigentlich alle Wachen ausgeschaltet haben. Also kann ich weiter vorrücken. Und hier noch irgendwo einer. Nein. Gut. So. Wir sind auf einem Berg oberhalb des Tagebaus. Und ich werde jetzt versuchen von hier aus ein paar Gegner aufzuschalten. Dieser eine wollte mir Hallo sagen. Daraus wurde nix. So. Da unten steht noch einer. Jetzt hingelegt. Da ist noch einer. So. Damit habe ich jetzt hier die ersten Wege dann ausgeschaltet. Die mir direkt auf der Brücke gefährlich geworden wären. Und jetzt kann ich anfangen. Gut gemacht Captain. Den Tagebau hier zu leeren. Ich habe extra Waffen mit Schalldämpfern genommen ausschließlich. Um eben darauf vorbereitet zu sein, dass ich nicht, dass ich hier ordentlich Leute töten kann, ohne dass sie mich sehen, und mich hören. Das war aber noch recht wenig, da geht sicherlich noch ein bisschen mehr. Das ist kein, keiner. Da ist nichts mehr. Nix, 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 keiner. So wenig Leute. Na super. Da hat es sich ja fast gar nicht gelohnt, hier hoch zu gehen. Ich hätte mit mehr gerechnet. So, schön, wir stehen ein Brustpanzer hier sozusagen. Gut, ich kann nicht drüber zielen. Aber mein Gott. So, da ist keiner. Kein einziger. Gut, okay, ich werde mich jetzt hier mal hinhocken. Und dann werde ich mein Ghost-Team an den Eingang holen. So, alle ausführen. Und durch das Moody werde ich ebenfalls mit da hinhochen. Vielleicht bewegt es sich ja. Ich hoffe es mal. Bewegt es sich? Ja, ich glaube. Ich glaube es hat einen. Ja, es fährt. Gut. So. Wirklich ziemlich ruhig. Unter mir ist auch keiner, soweit ich das hier einsehen kann. Es ist zu ruhig. Würde ich jetzt mal ganz spontan sagen. Aber da ist wieder einer. So. Ziel entdeckt. So wird das nichts, mein Freund. Ja, Sir. Der Turm ist auch frei. Damit ist es recht ruhig. So. Damit hole ich jetzt mir als erstes das Moody hierher. Das bietet Deckung. Für die Schützen. Für das Ghost Team. Jawohl, Sir. So. Und wo dann hier vorne die beiden Wege aufeinandertreffen. Dort werde ich mich dann wieder mit meinem Ghost Team vereinen. Ziel entdeckt. Ah, den kann ich nicht treffen. In Position und bereit. In Position. Ich bin da. Okay, das haben sie schon erledigt. Gut. Dann. Achtung, feindliches Fahrzeug. Feindliches Fahrzeug. Na gut. Wenn sie meinen. Herr ist du scheiß Moody. Jetzt. So. Man kann halt nicht alles einsehen, wie man eben gesehen hat. Und deswegen ist die Mission hier keineswegs sicher. Verstanden. Ich werde jetzt mal gucken, ob ich ein paar... Ah, die Wachen, die sind hinter dem Berg noch. Wir erhalten Berichte von Verbündeten in Juarez-Kippen. Sie stehen seit zwölf Stunden unter Bombardement und brauchen Hilfe. Die Aufklärung hat die Quelle bis hierher verfolgt. Suchen und zerstören Sie alle Langstreckenwaffen im Bereich. In Position und bereit. Ziel erledigt. War das mal ein Querschläger oder hat der mal direkt auf mich geschossen? Na gut. Ich hoffe jetzt mal, dass das mal ein Querschläger war. So. Und ich habe an dieser Stelle keinen Übersehner. So. Alle wieder beisammen. Okay, da sehe ich nix. So. Dahin müssen wir. Also werde ich jetzt... Wie immer als erstes das Moody vorrücken lassen. Danach das Ghost-Team. Selbst. Man sieht hier sehr schlecht ein. Alles. Kommst dir wieder vor. Gucci, 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 Gucci. Komm zu Papa. Wo ist der? Bitte melden, Sir. Wo ist der Feigling? So. Ghost-Team zu mir. Verstanden. Feindfahrzeug, dort. Bleibt versteckt. Ich will jetzt nicht mal wegen dem einen Feind dahin gehen. Das wäre jetzt Quatsch. Deswegen liebe ich meine Leute. Und auch deswegen habe ich auch den Scharfschützen mitgenommen. Um genau für solche Situationen vorzusorgen. Der wollte uns jetzt hier entgegenrennen. Genau. Dann habe ich verfehlt. Oder so. Ja, so. So. Da war einer schneller als ich. Ja, Sir. Panzerfäuste. Okay. Panzerfäuste ist schlecht. Ups. Da musste ich nachladen. Das hätte auch ins Auge gehen können. Da habe ich jetzt nicht aufgepasst. Was macht denn das scheiß Mutti schon wieder? Was? Fährt denn das lang? Nääääh. Ich möchte einmal mit Profis arbeiten. Aber scheinbar ist mir das hier nicht vergönnt. Okay, ich werde sie dort jetzt weiter spielen lassen. Ziel getroffen. So. Jetzt muss man sich aufpassen. Soweit ich das überblicken kann, scheint hier kein Feind mehr zu sein. Trotzdem sollte man darüber nicht die Vorsicht verlieren. Das wäre aber nicht das erste Mal, dass man ihn nicht mehr sieht. Laut Aufklärung deckt schwere Artillerie einen Großteil von Juarez ab. Schalten Sie sie aus. Seien Sie auf der Hut mit Schilder. Könnten noch mehr sein. Ich bin ja dabei. Ich kann auch nicht alles sofort machen. So. Jetzt sind wir angekommen. Jetzt muss ich noch in Deckung gehen. Ich werde jetzt als erstes wieder zu meinem Ghost-Team aufschließen. Vorher noch mal gucken, ob ich vielleicht noch einen von den Panzerfaust-Jungs erwische. Auch wenn ich mir da keine allzu großen Hoffnungen mache. Ich weiß auch nicht, warum das Muli da so weit vorne steht. Das hatte ich eigentlich relativ nah bei mir haben wollen. Aber den Befehl hat es ignoriert. Und hat auf eigene Faust so weiter gemacht. Und mein Ghost-Team ist noch hinterm Berg. So. So. Mein Ghost-Team ist vollzählig da. Dann kann ich jetzt weiter gehen. So. Panzerfäuste. Einer ist noch drauf. Den werde ich am besten von hier ausschalten. Mein Ghost-Team lasse ich für den Moment da. Dass sie mir Feuerschutz geben, wenn ich da rüber gehe. So. Ich bin da. Noch sehe ich den Typen nicht. Der da so frech mit der Panzerfaust ist. Und andere Leute sehen... Keiner mehr da, Captain! Hier zur Zeit auch nicht. Ich werde mich mal nach ihm packen. Damit ich ein kleineres Ziel biete. Das ist mein Grasbüschel. So. Gut gemacht, Captain. Panzerfäuste fallen lassen. Bitte Dankeschön. So. In Bewegung, Sir. Was ist das? Ist das Feuer? Oder ist das... Ich habe keine Ahnung, was das ist, ehrlich gesagt. Scheint aber Feuer zu sein. Da kommen sie angerannt. Okay. So, im Schiff. schießt immer noch irgendjemand das ist jetzt ein bisschen beunruhigend dass das hier einfach nicht ruhiger werden will verstanden aber na ich bin da ich bin da das will nur bis da mitkommen beziehungsweise rollt es erstmal nur auf der Stelle rum das ist wirklich kein allzu hilfreicher hilfreicher Unterstützung so nochmal die Türme da oben absuchen nicht dass sich da noch jemand versteckt hält soweit ich das jetzt sehen kann ist das nicht der Fall das ist sehr gut dann wähle ich das Muli das Ghost Team soll weiter vorrücken bestätigt ich bin da ich bin da so jetzt müssen wir hoch ich sehe die schnelle die schnelle drei Wachen in Position und bereit zwei davon sollte ich von hier mit meinem Scharfschützengewehr ausschalten können nochmal eins vielleicht kommen nochmal zwei ja noch dazu nein kommt sie nicht bitte melden sir bitte melden sir Berndra hat sich gut hingestellt den kann ich hier noch nicht treffen da steht echt geschissen da wenn ich das mal so sagen darf da steht es so da dass ich ihn nicht aus der Ferne treffen kann verdammt und sind die Ziele ausgegangen Chef so bleiben noch ein oder zwei Personen übrig das waren zwei so einer ist vernichtet der andere warte ist nur darauf dass ich ihn auch ausschalte so ja ist ja gut ich muss noch das C4 platzieren und sprengen das war der letzte gute Arbeit bei der Artillerie Ghosts gute Arbeit Mitchell sie sind auf halbem Weg nach Juarez überlassen sie das aufräumen den Mexikanern Barnes hat hier noch was Nettes für sie Barnes hat noch was Nettes für mich da bin ich ja mal gespannt was das Nettes ist so jawohl einer der da gegen den LKW rennt durch den LKW erschossen so muss das gehen so muss das laufen ich hoffe jetzt einfach mal dass hier keiner weiter kommt ein bisschen Vorsicht schon noch alle rein da kann ich natürlich nicht rein die Sitzplätze sind reserviert nummeriert so wie sich das gehört in einem Armeehelikopter das ist natürlich first class so ich bin drin ein Team wird dann hoffentlich gleich kommen wer sind die da sind sie einer sitzt schon einer redet über den Berg und der dritte wird dann hoffentlich gleich zu uns stoßen der kommt dann sicherlich neben mich da ist er das war's was ich meinte hast du gesehen wie die Waffen hochgegangen sind das war unglaublich was für ein Feuerwehr sie feiern zu früh Blackhawk 5 es ist noch nicht vorbei weiter nach Juarez damit wir die Sache beenden können ja Sir natürlich Sir bin schon unterwegs nach Juarez Sir so na eine perfekte Mission das ist doch mal optimal besser geht's nicht so den Link zur nächsten Mission werde ich immer in der Beschreibung deponieren ich hoffe es hat euch gefallen bis zum nächsten Mal ciao